Morgen, bin gerade eben aufgewacht. Ich glaube, ich bin ausgeschlafen. Bizeps? Position ist gay. Der ist eigentlich größer. Hugo, warst du das? Hugo, hast du gepisst? Hugo, entschuldige dich, Hugo. Hugo, sag, es tut dir leid. Okay, es tut ihm leid. Tut es ihm leid? Drei dich um, damit es dir leid tut, du keck. Okay, ganz schön. Hallo, hallo, du bist nicht da. Cello 385, Frankfurt, Pornheim, Fünf-Finger-Platz. Hier ein bisschen Chilawi, Miro. Ich zeige Ihnen, wo ich aufgewachsen bin. Und heute Abend gibt es das auf die Lachmuskeln. Der Bruder hier wollte ein paar A-Bos. Also, wenn er 5.000 A-Bos erreicht, muss er mir 2.000 Euro und KM geben. Du wurdest Tops gelaufen. Ich weiß, niemand mag ihn und er ist unsympathisch und hässlich und alles. Aber er hat heute seit langem ein Foto hochgeladen und nur 7.000 Likes gemacht. Und das macht ihn extrem traurig. Könnt ihr das Foto liken? Ihr müsst nicht folgen. Liked einfach sein letztes Foto. Ich habe gehört, morgen drehen eine zweite Folge Eisbad. Ganz sicher nicht. Die Leute wollen deine verschwitzenden Nippel sehen im Wasser. Ich glaube, die haben Bock. Habt ihr Bock? Ich glaube, das ist ein Foto. Untertitelung des ZDF, 2020